Diese Funktion würden sich einige Anwender von Apple wünschen. Mit der Donationware TuneSpan lassen sich Teile der iTunes-Mediathek auf andere Festplatten und in andere Verzeichnisse auslagern, ohne dass man irgendwelche Einstellungen in iTunes vornehmen muss. Gerade hat der Hersteller eine neue Beta-Version zum Download fertiggestellt und wir zeigen den Einsatz in der Praxis. TuneSpan verwendet innerhalb der von iTunes vorgegebenen Ordnung anstelle von Originaldateien symbolische Links. Da Apple diese Ordnung mit neuen iTunes-Versionen immer wieder einmal ändert, sollte man seine Mediathek vor der Anwendung von TuneSpan einmal neu organisieren. Der Programmierer warnt ausdrücklich davor, dies nach dem Verlinken zu tun. Verständlich, da anschließend die Referenzen der SymLinks nicht mehr stimmig wären. Außerdem schreibt TuneSpan auch gleich die richtigen Einträge in die XML-Datei. Die Bedienung ist extrem einfach gehalten. Das Programm arbeitet nur, wenn iTunes geschlossen ist. Um die Arbeit besser nachvollziehen zu können, sehen wir links die iTunes-Mediathek und rechts den Zielordner auf einer externen Festplatte in den Finder-Fenstern. Anschließend wählt man einzelne Teile aus der Mediathek. Das können auch Genres oder Interpreten sein und nicht nur, wie hier demonstriert, einzelne Alben. Wählt dann den Zielordner aus und lässt TuneSpan dann auslagern. Läuft iTunes noch, kann TuneSpan das Programm schließen. Danach muss der Span-Button noch einmal angeklickt werden. Die Lieder werden automatisch kopiert. In der Mediathek werden die symbolischen Links eingefügt. Und die iTunes-XML wird mit den neuen Daten gefüllt. Danach dürfen weder die Festplatte noch die Ordner umbenannt werden, in denen sich die kopierten Medien befinden, da iTunes diese sonst nicht wiederfindet. Als Systemvoraussetzung gibt der Programmierer iTunes und ein Mac OS X ab 10.5 an. Die Vorbereitungen vor der Nutzung des Programms sind extrem wichtig und der Programmierer weist an den unterschiedlichsten Stellen darauf hin. Es stellt sich allerdings die Frage, ob eine mit TuneSpan veränderte Mediathek auch dann noch funktioniert, wenn Apple wieder einmal die Ordner- und Dateistruktur ändert. Unser Fazit lautet, TuneSpan ist ein hilfreiches Programm, wenn man Teile einer iTunes-Mediathek beispielsweise auf verschiedene Festplatten auslagern möchte. Schließlich lassen gerade Videos den Platz schnell knapp werden. Die Bedienung ist einfach und übersichtlich gehalten und lässt kaum Fehler zu. Wer TuneSpan regelmäßig einsetzen möchte, sollte die Arbeit des Entwicklers honorieren. Donationware heißt, er freut sich über eine Spende. Auf seinen Willen, die Entwicklung weiterzuführen, könnte man nämlich bei einem der nächsten iTunes-Updates angewiesen sein. Bist, wenn man mit TuneSpan nun auf jeden Fall sieht, Vielen Dank.